Klar hab ich Gewichtsprobleme ihr habt. Ich war auch mal ne kleine Dick-Madam. Superfett und 57% Fettmasse. Ich wisst genau wie es ist, ein fettet Schweinchen zu sein. Aber dann hab ich diese super Gymnastik erfunden. Ich knall euch in und werd dabei schlank und fühl mich gut. Hier Liegestützen. Es funktioniert. Klar, es funktioniert. Alles was mir Spaß macht. Jeder von meinen Mitarbeitern hat die Unterhose langgezogen. Mensch, das macht Laune und dann nimmst du ab dabei, sag ich dir. Ja, da einer von meinen Büroleuten, den hab ich aber so richtig abgebumst. Äh? Und mein Assistent, den knall ich auf den Teppich und den roll ich erst mal so ne paar Runden lang. Jawoll! So bleibst du schlank, sagt ihr. Und hier ist mein Rezept. Ruf an und ich sag euch alles, wie das funktioniert. Ihr braucht eben bloß Mitarbeiter zu haben, die so nen Scheiß mitmachen. Und denn natürlich hilft das auch, ne geile Chefin zu sein, so wie Eke. So läuft das bei mir. Ist doch richtig toll, wa? Bis zum nächsten Mal.